«Finanztanz», der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit Andrin Willi. Grüezi zu unserer 112. Episode. Wir sind auch in der 12. Staffel des AKB-Podcasts. Auch diesmal von und mit der Fachspezialistin für Firmenkunden mit Melek Ates. Schön, dass du hier bist. Hallo Andrin, ich freue mich ebenso. Wir sprechen heute von den Auswirkungen, die die Veränderungen auf dem Bankenplatz Aargau mit sich geführt haben. Mit sich führen, Melek. Was haben die Veränderungen im letzten Jahr im Firmenkundengeschäft ausgelöst? Für unsere Volkswirtschaft und aus emotionaler Sicht finde ich die Veränderungen sehr bedauerlich. Aus geschäftlicher Sicht hat es aber sehr viele wertvolle Neukundenbeziehungen mit sich gezogen. Und darüber freuen wir uns. Ja, sicher einverstanden. Aber wie ist das alles dann vonstatten gegangen? Ich meine, die Hausbank zu wechseln, das ist ja wahrscheinlich für ein Unternehmen nicht einfach so eine Hauruckentscheidung. Auch wenn im Kanton Aargau Bankenverschmelzungen jetzt keine neue Sache sind, oder? Lass mich kurz ausholen. Die Aargauische Kantonalbank hat historisch gesehen mit der dazumaligen Neue-Aargauer-Bank zusammen Doppelspitzen als KMU-Banken in unserem Kanton geführt. Die Relevanz der KMUs ist schon immer in der DNA der Aargauischen Kantonalbank gelegen. Im Laufe der Jahre ist aber die Relevanz angestiegen, sodass die Aargauische Kantonalbank sich im 2017 auf Geschäftsleitungsebene für den Aufbau von Bereich Firmenkunden mit Patrick Küng an der Spitze entschieden hat. Damit hat sich die Aargauische Kantonalbank stärker auf KMUs fokussieren können. In den Initialjahren ist sämtliche Werteangebote für KMUs ausgebaut und viele Kontakte zu den KMUs, auch noch nicht Kunden oder nicht Kunden, aktiviert worden. Wo dann im August 2020 die Entscheidung für die NAB-Integration in die Credit Suisse gefallen ist, haben wir aufgrund der höheren Wechselbereitschaft der KMU laufend neue Kundenbeziehungen übernehmen. Ende 2022 und Anfang 2023 ist dann eine zweite grosse Welle mit neuen Kundenbeziehungseröffnungen losgegangen. Diese Welle, und damit meine ich konkret die geplante Fusion von UBS und CS, löst weitere Wechsel von Firmenkundenbeziehungen zur AargauB aus. Aber eben, wie du sagst, ein Bankenwechsel bringt immer einen Initialaufwand mit sich, wie zum Beispiel Kontenöffnungsformalitäten und Anpassungen des Zahlungsverkehrssystems. Und weil es so ist, sind wir laufend dran. Können Sie aus personeller Sicht die vielen Neuzugänge überhaupt stemmen? Wir sind davon überzeugt, dass die Aargauischen KMUs bei der AKB am richtigen Ort sind. Wir bieten ihnen Stabilität und ein umfassendes Werteangebot, das auf sie zugeschnitten ist. Darum richtet die AKB ihre Ressourcen darauf aus. Gleichzeitig bleibt es für die AKB wie auch für mich persönlich zentral, dass die langjährigen und loyalen Bestandeskunden weiterhin mit einer hohen Servicequalität betreut werden. Ihnen hat die AKB ihren bisherigen Erfolg zu verdanken. Im Zieminen herrscht eine hohe Dynamik und wir sind sehr motiviert, die bestehenden wie auch neue Kunden auf ihrer Reise zu unterstützen. Das klingt doch ganz gut. Vielen Dank, Melek Ates, für deine Insights in die AKB. Und ja, auf beiden Seiten arbeiten engagierte Menschen. Und ich glaube, das kann man schon sagen, das Persönliche wird bei der AKB nicht nur auf Plakatwände grossgeschrieben. Danke fürs Reinhören, wenn Sie Fragen haben. Die Türen stehen offen. Und wir zwei, wir bleiben auch nächste Woche am Ball. Melek Ates und ich, wir verabschieden uns und winken. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.